Sie sind auf samstagsblatt.de und bei Facebook. Und das sind diese Woche unsere Themen. Müllmann, Taxifahrer und Bürgermeister. Nächste Woche ziehen Kinder und Jugendliche wieder in ihre eigene Stadt. Mini München nennt sich das Ganze. Wir berichten, wie die ganze Welt auf das kleine München schaut. Die schönste Zeit des Jahres beginnt jetzt, die Sommerferien. Vorher gibt es aber leider noch Zeugnisse. Für mich war das früher immer ein Graus. Wenn das bei Ihrem Kind auch so sein sollte, gibt es tolle Beratungsstellen. Das Coaching für Ihr Kind im Samstagsblatt. Die wandernden Bäume vom Verein Green City rollen wieder. Im August geht es vom Bahnhofsviertel nach Schwabing. Dort werden Sie dann das graue Umfeld für sechs Wochen begrünen. Alle Bürger sind übrigens zum Mitwandern eingeladen. Wann und wo? Alle Informationen bei uns. Schönes Wochenende und genießen Sie die Sonne. Und haben Sie einen guten Start in die Ferien.